Ihr könnt sehen, wer ist dein Dealer, sag wer ist dein Dealer, wer ist dein Dealer, sag wer ist dein Dealer What's up, what's up Skateboarder, herzlich willkommen zu einem neuen Skate Vlog Dieser Vlog ist was ganz besonderes, es ist nämlich etwas was eigentlich zum allerersten Mal passiert und zwar Thresher Vacation, eine Thresher Demo in der North Brigade in Köln und da kommen über 15 verschiedene Pros hin, deswegen natürlich fahren wir da jetzt mal alle zusammen hin mit der ganzen Gang und checken das ab und ich zeige euch alles behind the scenes und nehme mich komplett mit auf dieser verrückten Thresher Vacation Skate Vlog, let's go Da wären wir, Thresher, Vacation, wie könnt ihr es glauben, North Brigade Eintritt ist for free, das ist richtig korrekt, sonst kostet man Eintritt aber heute ist for free, deswegen kommt vorbei, guckt euch das an, hier ist voll, es ist voll es ist einfach, wir sind noch eine Stunde bevor es losgeht und hier ist einfach, guckt euch das an hier ist einfach, hier ist Ausnahmezustand und wenn es losgeht, wird es crazy werden sowieso und hier ist einfach, ich Tschüss! Als Sieg gibt es zu machen. Knutzt sich ein Basis über die Melden und unsere Schwung der Brüder empfiehlt. Und noch auch Spannik. Mike will das gut. Dreller! Beste Typ mit dem gelben Pulli und der Lippe. . 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 Get back. Get back a little. Thank you so much, my boy. . 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 Was ist das? Was ist das? Das würde eigentlich gut machen für mich. Wintere? Ja, das ist mein 14-28. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Georgie, Armani, Skate Mantel, Pro Board, Thresher. Oh ja, Skate Mafia mit der Real OG. Wer ist Kramer? Ja. Das bedeutet nichts für dich. Das bedeutet alles für OG. Das bedeutet nichts für dich. Ich weiß nicht. Wer ist das? Das ist mein. Oh, okay. Shoutout OG Skate Shop für real. Ich liebe dich. Shoutout für die Skate Shop. OG Distribution. Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer. Ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldt euch bei uns. Bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedruckt mir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedruckt mir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los. Und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Ich werde natürlich eine E-Mail Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre und dann checken wir ab, wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Ich fäng mit OG dem Pop. WDR 2 A-Mail-WDR 3